Ja, hallo zusammen. Hier mal ein ganz kurzes Video zu etwas, was mir heute Morgen sozusagen beim ersten Kaffee eingefallen ist. Und zwar habe ich das so auf anderen Kanälen und anderen Verlautbaren zu diesem Thema überhaupt noch nie gehört. Und zwar in dieser Hoovering-Phase wenden Narzissten eine ganz geheime Taktik an. Die ist mir auch jetzt erst so richtig bewusst geworden. Und zwar ist es so, dass sich die Narzissten immer melden, wenn du sozusagen schon wieder auf dem Sprung bist. Bedeutet, sie melden sich nicht bei dir, wo sie wissen, du hast eigentlich das ganze Wochenende Zeit, am Freitagabend oder am Samstagvormittag. Sondern sie melden sich bei dir am Sonntag. Oder sie melden sich bei dir sogar, wenn sie wissen, dass du Urlaub hattest, erst am letzten Tag deines Urlaubs. Warum machen sie das? Das machen sie darum, um bei dir sozusagen sich in das Gehirn besser eingraben zu können. Weil es ist ja so, wenn du gerade einen Urlaub hinter dir hattest oder am Sonntagabend, da bist du ja schon längst wieder damit beschäftigt, dich auf die nächste Arbeitswoche vorzubereiten, auf die Themen, die anstehen. Das bedeutet, sie melden sich kurz und sagen, ich vermisse dich so. Und dann machen sie es so, dass sie dann sagen, ja, wir sprechen dann noch in Ruhe darüber. Ja, dieses Thema kennen wir ja schon. So, was schaffen sie dadurch, dass du dann natürlich denkst, okay, naja, vielleicht kann man ja doch nochmal sprechen. Und dann fängt es in deinem Gehirn schon wieder an zu arbeiten. In der ganzen Zeit, bis zu diesem vereinbarten Treffen, ob das jetzt telefonisch oder persönlich ist, wird es aber nur ganz, ganz kurze Nachrichten geben. Und da gibt es dann auch noch wieder zwei Varianten. Wenn sie wissen, dass du damit durch bist mit diesem Thema, dann werden sie sich an dem vereinbarten Termin bei dir melden und sich auch mit dir treffen. Wenn sie wissen, du bist noch nicht so richtig durch mit diesem Thema und vermisst diese Person auch noch extrem, dann werden sie dieses Treffen oder dieses Telefonat sogar absagen. Sie werden es nicht machen. Und in der Zwischenzeit gibt es dann immer ganz kurze, verheißungsvolle Nachrichten. Sowas wie, ach, ich freue mich schon, dich zu sehen. Ach, endlich schaffen wir es, miteinander zu sprechen. Aber in dieser Zeit hoffen sie darauf, dass du sozusagen über dich wieder mal nachdenkst und versuchst, denen wieder eine Tür zu öffnen. Und das ist eine ganz, ganz große Gefahr. Ja, das wollte ich noch mal sagen. Also sie arbeiten tatsächlich mit Zeitdruck. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.